alle noch voll sehr schön gut dann haben wir schon einen kleinen trupp zusammen so wie gesagt ich wollte ja noch ein ingenieur bauen mache ich auch mal jetzt und danach ein bmt alles muss gleich schnell gehen es muss gleich wirklich schnell gehen weil das Zeitlimit das brauchen wir für die Luxemission weg damit so der Truck ja der ist auch jetzt schon angekratzt den brauchen wir auch weil wir haben ja echt Geldnot wie ihr seht macht er mal die beiden die beiden Frechheiten da weg so der kurft hier einfach rum ist okay beim nächsten mal alter hahaha weg damit so der Hund hat sich jetzt aktiviert okay er soll der versuchen was oh der hat wie ist der hier reingekommen wie ist der hier reingekommen der hat schon wieder meinen Ingenieur gekillt ja toll ist egal man kann ihn ja nachbauen so ist er nicht so nochmal Artillerie ein paar ich will es so ungefähr 50 50 halten so den stelle ich ja mal hier unten hin das ist dann Team 3 Team 2 sind die Hubschrauber die können auch sich mal auch mal wieder auf den Weg machen hier oben ne diesen Vorposten dazu zu killen ne nicht zu killen zu kletten so warte mal können die den Mammutpanzer ja die können den Mammutpanzer killen ja dann mach mal der ist zum Glück nicht so stark gegen die Luftwaffe wie ihr seht schwächt den mal an guck naja die treffen halt nicht weil der sich halt wieder bewegen muss na ist egal Hauptsache der ist angeschwächt so weiter geht's ach das ist wie ein Geisterhaus so der ist jetzt weg komm ich brauche die Kohle davon ja sehr geil da ist die Kohle sehr schön 2.000 direkt zack jult ok ja bomb so muss das aussehen weiter Panzer weiter Panzer richtig schöne Armee brauche ich immer schön weiter Moment ich kann ja auch bestimmt damit das ganze ein bisschen schneller geht brauche ich mal eine zweite Waffenfabrik damit die Panzer mal schneller da raus kommen ja so dann warte ich mal bis sie fertig wird ja dann verdoppelt sich nämlich die Produktionsgeschwindigkeit genau ja das mache ich das ist eine gute Idee die stell ich dann direkt hier neben ja dummer Spawner tschüss weg damit ich bräuchte hier unten ich habe eine Flak mache ich aber nicht ne so der bleibt an mir stehen bisschen hin und her schieben ja so dieser Schisssammler von dem ne vier Stück hat der vier Stück das ist doch krank so direkt daneben zack und jetzt seht ihr halt wie die Panzerproduktion halt wesentlich schneller geht wesentlich schneller ja definitiv zack da ist er schon fertig Artillerie geht noch schneller ja uah wie schnell die Artillerie fertig ist zack der ist fast wie ein Manneken die Produktionsseite zack so okay du Sammler geh da jetzt rein du sollst da reingehen so so hat man ein paar Tricks hier auf Lager so sehr schön boah ich glaube dann kann ich auch gleich auch schon mal den ersten Angriff wagen hier gut Freunde ich glaube dann würde ich sagen speichere ich gleich erstmal und dann greife ich mal an ah Moment ne 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 erst mal die Hubschrauber erst mal die Hubschrauber hier so schön außen rum fliegen bitte dann hier mal die kack Flugfelder weg machen dann komm so mach die Flugfelder weg weil wo sind die Flachs die Flachs ist dahin alles klar die reicht nicht sehr schön so macht das weg macht das weg ah er die Kaserne kommen eher die Kaserne nein fahr da doch nicht rein Mensch ich glaube wenn ich die da hinsetze ja fliegen die automatisch die fliegen nicht automatisch zurück nur die landen da ok auch nicht so ja gut dann dann lass ich das mal hier oben dann kill ich den halt zuerst ha Hubschrauber was will der mit seinen Hubschraubern haha nix ok sehr schön gut dann ist das hier Team 1 jetzt und dann speichere ich das nochmal ab mit Aufnahmecheck das passt oder ja das passt sehr schön gut ah da kommt so eine scheiß Hubschrauber angeschissen ja mach mach und tschüss ich hab genug Flack hier ja weg damit ey aus jedem scheiß Flugzeug kommen Einheiten raus boah kriegt der etwa den Turm platt? nee sehr schön geil gut dann wärs das für die gewesen alles klar dann los auf auf gehts fahr die platt sehr schön Artillerie ja wir haben ja Artillerie dabei das heißt wir können Infanterie einfach auch so überlassen so weg damit weg mit dem ganzen Kack hier der hat hier viel zu viel rumstehen so Raketenwerfer weg Panzer weg so ja die Artillerie äh stirbt halt sehr schnell wollte ich grad sagen ah Tesla Spule egal weg damit weg mit dem Scheiß weg mit dem Scheiß oh warum weckt das denn jetzt so so alles klar weg damit so und raus und raus und raus hier raus Sammler kill los so die Hubschrauber können sich mal um diesen Raketenwerfer da kümmern und auf den Sammlern los lass den alle seine Einheiten schieben das ist so krass wie viel der hier rumstehen hat ey so ah geil guck mal so können die sollen auch den anderen da oben so dann mach die mal alle platt hier los mach die mal alle kalt Raketenwerfer weg damit und direkt auf den Mammut der Mammut der ist so scheiße stark das ist unfassbar so hohohoho schöne Ketten Explosion Tesla Spule direkt weg die kann einmal schießen und das war's ja sehr schön so direkt weg hier und hier und wieder raus und wieder raus ich will das Zeitlimit nicht triggern ich will das Zeitlimit nicht triggern ich will erstmal hier unten durch kommt raus kommt raus die wollen euch nur verarschen kommt da raus jaa danke meine sämtliche Artillerie ist jetzt weg eine hab ich noch ja lass die kommen lass die kommen so jetzt mal weiter und zwischendurch einfach weiter und die Hubschrauber kümmern sich mal um die Frechheit da so joa noch mehr Manneken komm die Artillerie kümmert sich mal um die Manneken so schieß einmal auf den Sammler damit hier auch alle rauskommen ja sehr schön hehehe geil ok gut dann kann ich auch was machst du denn sag mal der klingt alle meine Sammler oh was soll das denn du Wichser ey wirklich was bist du für ein Penner ey es ist so ein Penner kiten 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 komm schon alter nein oh Gottes willen ey so dann gehen wir weiter sammeln Jufschrauber ja so wo ist mein Angriffstrupp hier ist mein Angriffstrupp die machen das schon nein ja toll der ist natürlich noch voll ey scheiße das ist so overpowered aber mach den kaputt los mach den kaputt und beweg dich nicht na mach den Raketen der verweg so ok oh ey ja der fährt nach Hause sehr schön ok ok gut die sind fast weg ja ok aber halt auch weil er so viele Sammler hat ey weil er so viele Sammler hat wirklich so weiter gehts weiter Panzer bauen los ne ich brauch erstmal einen zweiten Sammler oh man das war fail so die machen jetzt den Sammler kaputt und ihr auch mach den mach die Drecksammler im Arsch man so die sind jetzt weg weg damit mach die kaputt mach den platt so den kriegt er doch oder den kriegt er den kriegt er den kriegt er den kriegt er oh diese Heilung von dem nein ja egal dann den so weg damit sehr schön ah nein alter ist schon fertig geil ok so dann wirst du mal bitte hier sammeln wo kommt der denn her wo kommt der denn her da kann doch nicht wahr sein na ist egal so dann weg mit dem Scheiß so jetzt reden wir mal weiter hier so das ist doch schon mal nicht schlecht was ist das denn hier für eine Frechheit na egal komm ne ihr seid schon da dann macht auch den Turm weg alles klar dann stellt ihr euch mal bitte hier hin zwischendurch mal speichern mit Aufnahme jawohl passt sehr schön so dann kann ich mich mal wieder sammeln hier da ist der dritte Sammler na toll jetzt muss ich hier oben hin ja ich kann hier oben in Ruhe sammeln das ist gut alles klar dann ich weiß warum die Sammler so schnell gehen wegen der Waffenfabrik hat der neun? ne das ist der alte und tschüss weg damit ey wirklich wirklich nervt langsam die Frechheit da nervt auch so und weg mit dem die halten auch nicht so viel aus wie ihr seht ja der ist weg dann den Flammenturm weg bitte ich bitte euch doch drum so boah ich bin schon 5 Uhr krass ich bin schon 2 Stunden lang am zocken heute ist das heftig oha ne Moment wie viele Artillerien habe ich denn jetzt hier ich hab eigentlich noch genug Kampfpanzer ich hab eigentlich noch genug Kampfpanzer Artillerie ist schon keine schlechte Idee so die sammeln hier oben was ist das denn? ah ok hier Einsatzfahrzeug so die kann mal aufladen die sind fertig sehr schön boah also nicht schlecht nicht schlecht der hat auch noch ne der hat gar nichts mehr fast geil so dann bestätigt vernichte ich ihm jetzt noch seine letzte Hoffnung hier so weg damit erwarte ihre Befehle und tschüss ja Flugfeld weg damit nerven so und das hier komm schon nein nicht 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 um Gottes Willen die sind auch so blöd ey gestoppt ja Artillerie ist schon keine schlechte Idee so dann hol ich mir noch ein paar Artillerien in Ordnung so weiter gehts weiter bauen weiter bauen weiter bauen was war das schon wieder he? das war schon wieder so ein Spawner ja ja so dann Panzer was? hab ich doch schon he? gut ok sehr schön der hat jetzt wirklich nur noch seine Basis da oben wo der die ganze Zeit Manneken baut oh Flugzeuge ok ja die könnten schon ein bisschen nerven noch ja gut der ist auch Team 2 so dann baue ich jetzt noch den letzten Kampfpanzer und dann greife ich nochmal an dann greife ich einfach nochmal an so dann mach hier diese Kackflugzeuge weg kein Bock mehr auf die so seid ihr da? ihr seid da sehr schön das schafft ihr ja wohl oder? naja das Flugzeug beschützt die das Flugfeld was ist das denn? das das ist oh nein 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 wobei das ist nur eine Flak ne? bestätigt ich hab keine Kohle mehr scheiße ey melde mich wie befohlen jetzt hätte ich die Raffinerie doch hier stehen lassen sollen ich Idiot naja ist egal jaaa du triffst eh nix das ist okay das ist okay jetzt fahr doch da rein man fahr da rein fahr da rein diese Sammler hier teilweise ey die sind so ach ja jetzt wartet ne ey ah ich hab vier Sammler deshalb ja das ist schon ein bisschen krass gerade vier Sammler ich hab gar nicht so viel gebaut war hier ne Kiste oder so? keine Ahnung ja werdet ihr erstmal fertig da ja stell du dich mal bitte dahin und lass den mal einsammeln ja das kann ja wohl jetzt nicht sein jetzt verliere ich so viel Zeit durch so ne durch so ne Sammlerschlacht hier oder was alter Schwede nein bleib doch da so warum können die nicht hä? warte mal stell den mal da ab was ist denn das jetzt hier für ein Sammler Bug ah jetzt fahr da rein alter Schwede ey das ist tödlich in so Strategiespielen normalerweise so ne Sammler so ne Sammler äh Schlacht hier oh man bring es weg komm so weiter geht's dann du das muss ich echt alles manuell machen ey nächste Panzer ist fertig sehr schön so dann der und dann kommt jetzt der noch hier runter und wenn der Panzer dann fertig ist dann mach ich mich auf den Weg so die kommen jetzt noch mit hier zu die Heliports ach die Heliports die Helis können jetzt mal hier die äh das hier weiter ansprechen so mach das mal weg so ah nein nicht so nah an die Flak so alles klar dann jetzt sitzt da schon wieder ein Flugzeug drauf das Dingsbeschüsse oder was ne sehr schön weg damit das Flugzeug ist auch direkt kaputt sehr schön so das ist nur eine Flak ne ja die äh trifft nicht immer ne die kommen dann eigentlich ganz gut drüber alles klar sehr gut dann ist die Artillerie jetzt auch da sehr schön gut dann haben wir nochmal ein erweitertes Team 1 erstmal speichern bevor ich angreife wegen dem scheiß Timer so das passt sehr schön alles klar dann und rein da los rein da alles klar so gut äh eine Sekunde mal ja sehr schön ok passt so nein 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 erstmal hier hin komm erstmal hier lang ach ne das können eigentlich die Helis machen die Helis können erstmal hier hinfahren so dann fahrt ihr jetzt bitte einmal rein so ja da draußen welten Hund ich hoffe ihr hört das nicht wenn doch dann tut's mir leid so dann machen wir hier die Hundhütte kaputt bevor wir gerade von besprochen haben so ah der hat noch ne Tesla oh scheiße ok der hat noch ne Tesla Schmühle so die sind hier so mach das weg so ok Maniklfabriken weg so brauchst du nicht mehr ja die Flak ja ein Hubschrauber ist weg mach das kaputt so los Waffenfabrik weg so der eine Soldat da hinten der kümmert sich um die Infanterie die da rauskommt sehr schön sehr schön so gut dann da ist ein Spawner brauch ich mir nochmal einen neuen Hubschrauber wo kommt die Tesla Spule jetzt schon wieder her scheiße Mensch was hat denn der ah der will meine Heli-Polz haben ja also noch kommt der Tiber nicht was ich sehr gut finde wirklich du sollt alle bitte so ja jetzt jetzt geht's los jetzt geht's los jetzt geht's los kommander okay okay Stalin hat vier Atomische Missile die einzige Weg um sie zu stoppen ist in das Kommandzentrum jeder Missile ist kontrolliert durch ein Launch Terminal deaktiviert alle Launch Terminal und stopp die Missile genau so sieht's aus äh wir sollen jetzt natürlich jetzt hat Stalin eben äh eine vier Atomraketen auf die Städte von Europa gefeuert und äh jetzt müssen wir so schnell wie möglich hier rein mach das kaputt mach alles kaputt mach alles im Arsch hier ist der BMT komm mach alles im Arsch so scheißegal jetzt auf Verluste wir müssen einfach nur gucken dass äh das wäre jetzt so schnell wie möglich hier reinkommen so aber ich glaube das passt schon boah rock'n'roll da draußen hahaha ja so BMT kann schon mal nach vorne gucken ein bisschen so den Bauhof weg damit der auch ja nix mehr nix mehr nachbaut gibt's Team 2 noch? hey jetzt gibt's sogar noch vier Stück alles klar gut dann machen wir den Flammenturm da weg bitte so der Bauhof ist weg sehr schön so die Flak weg machen weg damit ey die funktionieren noch warum funktionieren die noch? ja das reicht auch gar nicht ah doch er hat es aber direkt nachgekommen haben die jetzt ernsthaft die Mauer zerstört? das kann ja wohl nicht sein die haben ernsthaft die Mauer zerstört ich fasse es nicht wie blöd muss man eigentlich sein? so jetzt sehr schön so und rein da los rein da ich dachte schon der BMT wäre weg und rein da mach das kaputt los wir müssen jetzt hier auf ein Loch reinschießen so mach das mal kaputt alles klar dann mit der BMT kann man das hier kaputt machen so hier sind nämlich überall Personen wie ihr seht schaut mal schaut mal hier ah klong klong hört ihr das? alles Personen so gut dann mach das mal weg alles klar so dann sind wir hier nämlich durch wir haben nämlich noch schön viel Zeit vielleicht für die nächste Mission was schießt denn da noch auf mich? ich dachte das sind Antipersonen egal komm okay mach das beschädige das mal bitte ja BMT komm ist gut so der beschädigt das du auch bitte so okay alles klar dann oh da kommt ein Panzer was macht der denn? so reicht auch uiuiuiui okay speichern einmal nochmal speichern so das passt sehr gut und dann rein da Invasor rein Gott sei Dank ja geschafft okay ja das nenne ich mal einen coolen Aufzug schön russisch ja so jetzt haben wir hier den zweiten Missionsabschnitt genau jetzt wo sie drin sind müssen sie die Kontrollzentralen ausschalten bringen sie ihre Ingenieuren bringen sie ihre Ingenieuren das ist falsch oder? ja egal zu den Kommandozentren und deaktivieren sie sie bevor die Bomben ihr Ziel erreichen feindliche Ingenieuren können ihnen vielleicht helfen die Kontrollzentren zu finden alles klar das ist so eine Inside Mission äh einen Moment das warte ich noch kurz ab so ja Freunde ähm aber diese Mission boah die mache ich jetzt beim nächsten Mal weil äh ich bin doch jetzt wirklich erschöpft von den vielen Levels die ich heute gespielt habe und ja wir begeben uns so langsam auf die Ziele gerade mit den Alliierten aber Freunde wie wir hier die äh Raketen-Silos ausschalten würde ich sagen sehen wir jetzt beim nächsten Mal ich bedanke mich für alle die zugeschaut haben und wünsche euch ja noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und äh ja würde mich über den ein oder anderen Like oder Abo freuen jo ciao ciao